Ich will weniger Stress haben. Also die Nachbarn, die Kinder, Mama und Papa, dann der Beruf, dann der Haushalt. Ich schaff das alles nicht. Naja, ich müsste mal ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ich war immer unterwegs und irgendwann kennen die mich nicht mehr. Äh, wir sollten mal mehr für die Umwelt tun, ne? Und nicht immer nur Klimaterroristen. Was soll das denn? Ich muss mehr Spott haben. Das ist für mich also das A und O. Ich will sicherlich gut aussehen, ne? Fürs Neue Jahr. Naja, ich könnte mich besser ernähren. Nicht immer so viel Schweinefleisch und Torten, ne? Vielleicht sogar vegan. Ich könnte oft mal sparen hier. Friseur und Nagelfliege und Klamotten. Immer die neuesten Sachen. Ich will die immer haben, aber es muss vielleicht nicht sein. Ich glaube, ich müsste im neuen Jahr ein bisschen was abnehmen, ne? Mach ich auch. Ist mein Vorsatz. Naja, weniger im Internet. Man wird ja überall belauert. Also, Hände weg von der Tastatur. Mein Chef hat gesagt, ich soll mehr leisten. Also, ich soll mich mehr anstrengen. Vorsatz von mir ist das nicht, aber ich würde es mal versuchen, okay? Ah, ich müsste mit dem Rauchen aufführen. Aber ich das schaffe? Also, den Vorsatz habe ich gefasst. Vorsätze? Äh, ich habe keine Vorsätze. Brauche ich nicht. Vielen Dank.